Wir haben John-Pock gefangen und mit ihm verbringen wir heute 24 Stunden in diesem Pool. Er ist noch in dieser riesigen Gefängnishüpf-Pock gefangen und der einzige Weg raus ist diese riesen XXL-Rutsche, die direkt in den Pool führt. Und zu der Gefängnishüpf-Pock gibt es wirklich keinen Korn. Lass uns direkt mal zu John-Pock hochgehen und ihn zu uns in den Pool holen. Let's go! So John-Pock, ich hab's hoch in deine Gefängnishüpf-Pock geschafft. Schön für dich, aber jetzt lass mich frei. Ne, 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 so einfach geht es nicht. Wir lassen dich natürlich noch nicht frei. Ich hab nämlich ne kleine Challenge für dich. Wallah, Bila, was für Challenge? Was willst du? Ja, ja, das staunst du. Okay, was ist dein Challenge? Zeig mir. Mal direkt hier drüben. Es geht um diesen Koffer hier. Kannst du dir vorstellen, was das ist? Da ist bestimmt ein Scherer drin und du lässt mich damit frei. Ne, 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 ne. So einfach machen wir es dir nicht, John-Pock. Das hier ist ein echter Lügendetektor. Schüpp, du hast nicht Lügendetektor mitgebracht. Oh doch, das hab ich. Und den bauen wir jetzt auch direkt mal auf und schalten ihn ein. So, hier ist der Knopf, da wo er angeht. Und da blinkt er auch schon, Freunde. Er ist an. Der funktioniert doch eh nicht. Hey, 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 was machst du da? Der funktioniert. Und wie der funktioniert, Freunde. Wir machen das Ganze aber nicht hier. Wir setzen John-Pock hier an die Kante von der Wasserrutsche. Und wenn er uns dreimal belügt, hast du gehört, John-Pock, wenn du uns dreimal belügst, dann schubsen wir dich die komplette Wasserrutsche runter. Wow. Deine Axt gibst du mir erstmal so her damit. Die brauchen wir nicht mehr. Und dann können wir dich auch schon von deinen Fesseln befreien. So, hier einmal durchschneiden. Und jetzt bist du frei. Und du setzt dich jetzt direkt hier an die Kante vom Pool. Okay, wenn's sein muss. Ja, genau so, John-Pock. Gut gemacht, John-Pock. Aber warum sollte ich deine Fragen beantworten? Äh, was du davon hast? Wenn du alle Fragen richtig beantwortest, also niemals lügst, dann lassen wir dich sogar frei. Okay, tschüss. Dann ist easy. Ich komm frei. Ja, ganz genau. Aber die Fragen sind schwer, also freu dich nicht zu früh. Bist du bereit für deine erste Frage, John? Ja, aber nicht so viel. Stell mir. Okay, let's go. John-Pock, die erste Frage ist noch relativ einfach. Für mich ist keine Frage schwer. Stell mir. Ist okay, ist okay. John-Pock, bist du ein Monster? Also ich mein, das ist ja jetzt offensichtlich, oder? Was? Ich Monster? Nein, ich bin ein normales Schweinchen. Hä, okay. Wenn du das meinst, wir schauen mal, was der Lüden-Detektor sagt. Er berät sich auf jeden Fall noch und es kommt raus falsch. Du hast uns angelogen, John-Pock. Wallah, vielleicht bin kein Monster. Doch, du bist ein Monster und das sehen wir offensichtlich, oder, Freunde? Wenn ihr sagt, dass John-Pock ein Monster ist, dann schreibt jetzt mal Monster in die Kommentare. Ja, okay, mach weiter. Stell zweite Frage. Okay, let's go. Direkt zweite Frage. John-Pock, hast du jemals in einem Schlammbad gebadet, um dich vor jemandem zu verstecken, den du erschrecken wolltest? Äh, äh, nein. Schlamm ist voll edlich und ich mag keinen Leuten erschrecken. Okay, wenn du das sagst, du kleines Schweinchen. Schauen wir, was der Lüden-Detektor dazu sagt. Du darfst nur noch zweimal lügen. Let's go. Und der Lügendetektor sagt, es ist eine Lüge, schon wieder. Nein, der Lügendetektor lügt. Bist du sicher, dass funktioniert? Ja, natürlich funktioniert der Lügendetektor, John-Pock. Das heißt, du darfst jetzt nur noch eine Frage falsch beantworten, also mit einer Lüge. Und dann wirst du hier hinter dir in den Pool geschockt. Nein, das Wasser ist so sauber. Wir wissen jetzt ja, dass du lieber in Schlamm statt in Wasser badest. John-Pock, hattest du jemals ein Date mit Miss Piggy? Miss Piggy? Nein, die geht. Ich liebe Lola. Mein Herz gehört hier. Wallabilla. Was? Lola-Pock, das ist doch deine Schwester. Ja, und hast du sie mal angeschaut? Sie sieht super gut aus. Ich liebe sie. Okay, Freunde. Also da will ich jetzt eigentlich, dass er uns angelogen hat. Aber schauen wir mal. Das ist die Wahrheit. Was? Du bist verliebt in deine Schwester, Lola-Pock? Tschüss, sie ist schön und so. Ich mag sie. Okay, krass. Dann haben wir jetzt nur noch eine letzte Frage für dich, John-Pock. Wir machen es so. Wenn du die richtig beantwortest, dann lassen wir dich frei und du kannst gehen. Was er noch nicht weiß, Freunde, der einzige Weg hier raus ist über diese Wasserrutsche. Aber nicht verraten. Und wenn du sie mit einer Lüge beantwortest, dann schubsen wir dich immer noch in den Pool. Bitte nicht, ich sag Wahrheit. Okay, let's go. Willst du uns etwas tun, John-Pock? Nein, ich bin nur normales Schweinchen. Ich mach Schweinchen-Sachen und so. Nur ein Schweinchen, wenn ich nicht lache. Aber okay. Was sagt der Lügendetektor? Er berät sich und... Es ist falsch, du hast uns angelogen. Ja, okay, es war Lüge. Was soll ich machen? Ich bin Monsterschwein. Ja, wir sollten Angst vor dir haben. Aber jetzt solltest du erst mal Angst vor uns haben, denn jetzt schubsen wir dich in den Pool. Let's go. Rein mit dir, John-Pock. Und ich rutsche direkt hinterher, Freunde. Let's go hier hoch. Und hier runter rutschen in den Pool. Wow. Wow, macht es Spaß, Freunde. Und da hinten ist auch schon John-Pock wieder. No, ich glaub, der versucht aus dem Pool zu flüchten. Nein, John-Pock. Nein, nein, nein. Hier geblieben. So schnell kommst du hier nicht raus. Was ich hier noch nicht gesagt hab, ist, dass das hier jetzt nämlich unser Zuhause für die nächsten 24 Stunden ist. Was? Nein, das kannst du nicht machen, auf keinen Fall. Doch, natürlich kann ich das. Du hättest einfach nicht lügen dürfen. Dann hätten wir dich schon freigelassen. Oh, jetzt bist du bereit. Aber ich hab Hunger. Was soll ich jetzt essen? Wie, das Schweinchen hat Hunger? Das trifft sich aber gut. Ich hab nämlich gerade vorhin Essen bestellt. Und das sollte jetzt auch jeden Moment da sein. Da ist es. Ich geh schnell zur Tür und mach auf und hol dir das. Und du bleibst jetzt direkt hier, Freunde. So, perfekt. Und jetzt darüber zur Eingangstür. Da hat's gerade nämlich geklingelt. In unserer Villa hier. Die wir einfach auch komplett für uns alleine haben. Es ist viel zu krank. Aber gut, hier ist die Eingangstür. Wir schließen einmal auf und jetzt schauen wir davor, was da ist. Und hier vorne steht ein John-Pock Happy Meal, Freunde. Wow, das wurde einfach gerade hier hingeliefert. Aber von wem kann ich nicht sehen? Irgendwie ist der Lieferant ganz schnell wieder verschwunden. Aber naja, wir haben auf jeden Fall was zu essen. Sogar noch das Happy Meal von John-Pock. Und ich bin jetzt gespannt, was von Pock dazu sagt. Lass uns schnell wieder zu ihm gehen. Let's go. Wir raus zu unserer Hüpfung und zu John-Pock. Aber wartet mal, wo ist er hin? Da hinten und was macht er da? John, 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 was hast du da gerade gemacht? Du hast da doch gerade was aufgehoben, oder? Äh, nein. Aber du versteckst da doch was hinter deinem Rücken. Nein, da ist nichts. Ich schwöre wirklich, ich hab nichts. Okay, ganz komisch, aber wir haben uns doch gerade nicht irgendwie versehen oder so. Also verguckt, der hatte doch auf jeden Fall was hinter seinem Rücken, oder? Lass uns mal das Happy Meal hier hinstellen. Und dann rennen wir jetzt gleich ganz schnell um den Pool rum, um zu sehen, was er hinter seinem Rücken hat. Seid ihr bereit, Freunde? Drei, zwei, eins und let's go. Hey, was machst du? Wow. Ich hab's ganz genau gesehen, John-Pock. Du hast da wieder deine Axt hinter deinem Rücken. Nein, was für Axt? Ich weiß nicht. Doch, doch, doch. Gib mir die Axt, John-Pock. Du hast hier keine Chance dazu, und komm, da drüben sind Zäune. Und hier oben ist auch alles abgesichert. Das heißt, du hast keine Chance. Gib mir die Axt. Ja, okay, du hast gewonnen. Hier ist deine Axt. Ja, her damit und wir brauchen die wieder nicht. Und werfen sie heute schon zum zweiten Mal weg. Aber gut, jetzt geht's an den coolen Teil vom Video. Denn jetzt essen wir dein Happy Meal. Das ist nämlich unser Essen. Oh ja, das ist das leckerste Happy Meal jemals. Ich liebe es mit dein krasses Spielzeug. Ja, das ist einfach dein Happy Meal. Das ist doch am leckersten, oder? Natürlich und das ist streng geheim. Okay, gut, dann packen wir das jetzt direkt mal auf. So, oh, hier oben ist es schon so ein bisschen offen. Und da holen wir jetzt auch schon die erste Sache raus. Okay, Freunde. Als erstes ist hier nämlich drin irgend so eine Pommes-Tüte. Aber anstatt Pommes sind hier Süßigkeiten drin. Boah, das ist ja übel lecker. Wer braucht Pommes, wenn man Süßigkeiten hat? Ja, da hast du recht. Check, John-Pock. Wow, ja. Das Happy Meal ist auf jeden Fall schon legendär bisher. Aber gut, hier ist noch mehr drin. Einmal so ein Zettel. Was ist das denn für ein Zettel, John-Pock? Ich verrate dir nicht. Du musst aufhalten und schauen, was da drin steht. Okay, dann öffnen wir den halt direkt mal, Freunde. So, hier einmal aufhalten und reinschauen. Oh, wartet mal. Hier ist ein Herzchen, wo Lola-Pock drin ist, John-Pocks Schwester. Und hier unten steht auch noch Lola-Pock drauf. Das heißt, dass du Lola-Pock liefst, John-Pock? Ich dachte, der Lügendetektor hat da vielleicht gesponnen oder so. Nein, Lola ist mein großer Lieber. Okay, Freunde. Dann schreibt jetzt mal Lola und John-Pock das neue Liebespaar in die Kommentare. Ja, gute Idee. Wow, ja. Aber gut, hier ist noch eine Sache drin und die ist hier ganz unten. Und das ist der Burger und der ist ja richtig fett. Natürlich, ich wollte, dass mein Burger so fett wie ich ist. Hahaha, da hast du recht. Willst du den direkt mal aufpacken, John-Pock? Ja. Okay, let's go. So lecker. So, hier ist er und... Da kommt der Burger raus und der kann doch nicht normal sein, oder? Der ist doch so fett. Und warte mal, ja, was ist das denn, John-Pock? Auf deinem Burger ist einfach ein Patty und noch irgendwie sowas drauf. Was sich wie Metall anfühlt? Ja, das ist ein Burger mit Roastbeef. Weißt du, ich wollte knusprig haben. Wie, Roastbeef? Aber Roastbeef besteht doch nicht aus Rost. Es heißt ja nicht Rostbeef, sondern Roastbeef. Ja, Englisch ist ein schwieriges Sprach, so was willst du? Hahaha. John-Pock hat das einfach verwechselt. Das hier kann man nicht essen. Aber jetzt können wir den Burger auf jeden Fall noch essen, John. Äh, von welchem Burger sprichst du, Dr. Light? Bro, du hast den schon komplett gegessen? Ja, das ist komplett leer. Du vielfraß. Was soll ich machen? Ich hatte Hunger. Okay, krass. Wenn du jetzt so voll gegessen bist, bist du dann bereit für dein Bettchen, John-Pock? Wir haben eine Bettdecke und ein Kopfkissen. Nicht so schnell, Doktor. Ich wette, du schaffst es nicht in die Hüftburg zu gehen, 15 Drehungen zu machen und rückwärts runterrutschen. Äh, wie? Was sagst du? Ich soll mich also nicht trauen, wieder in die Hüftburg zu gehen, mich dort 15 Mal im Kreis zu drehen und dann die Rutsche rückwärts runter zu rutschen? Äh, nein. Nein, du bist so ein weicher, Doktor. Okay, wenn du das meinst, dann beweise ich dir jetzt, dass ich das schaffe. Freunde, lass uns direkt in die Hüftburg gehen. Let's go. So, komm mit, Freunde. Oh, John-Pock ist wirklich so dumm, dass er denkt, dass wir das nicht schaffen, Freunde. Wir müssen einfach wieder diese Rutsche hier hochklettern und 15 Mal im Kreis drehen und dann runterrutschen. Und dann haben wir die Challenge auch schon geschafft. Das ist super einfach. Wir sehen uns drin wieder. So, und wir sind wieder drin. Okay, und das heißt, jetzt drehen wir uns 15 Mal im Kreis. Let's go. Eins, zwei. Und 15, wow, es ist alles dummeli. Und jetzt einmal rückwärts die Rutsche runter. Und rückwärts runter, wow, Freunde, wow. Wir haben es schon, Pock richtig gezeigt. Aber wartet mal, wie ist es schon Pock eigentlich? Der war doch gerade noch hier und jetzt ist er weg. Wo ist er hin, Freunde? Lasst uns schnell auf ihm suchen. Wow, schnell raus, Freunde. Okay, schnell hier rüber zu Ausgang und einmal schauen, wo er sich versteckt. Eigentlich kann er ja nur hier hinten in den Kabinen sein. Komm mal mit, wir schauen nach. Vielleicht hier drin, habt dich. Nee, aber nee, hier ist er nicht. Und hier in der anderen? Nee, da ist er auch nicht. Dann muss er hinters Haus gelaufen sein. Schnell, schnell, komm mit. Hier nach hinten. Aber hier ist er auch nicht, Freunde. Wo ist er denn dann hin? Ist er vielleicht hier reingegangen? Nee, da sehe ich ihn auch nicht. Und oben? Wow. Freunde, da oben ist schon. Wir müssen schnell da rein. Er hat es einfach in unser Haus geschafft. Let's go, let's go. Hier einmal rum. Und wieder die Treppen hoch und hier durch die Eingangstür rein. Wir müssen super schnell sein, Freunde. Okay, hier aufhören. Wow. Und wieder die Eingangstür. Und wieder die Eingangstür. Und wieder die Eingangstür. Und wieder die Eingangstürk. 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 Vielen Dank.